Hä? Das ist die Automatisierung! So, jetzt gehen wir die nächsten 3 Stunden da rum und gucken uns wie ein Baum wächst. Tadaa! Und in der Kiste ist der Rest. Die Butter droppt. Die können auch Steps droppen? Ja, nur durch den Bonsai. Ah, okay. Ja, aber das ist geil. So automatisier ich den Bums. Hast du die Coral-Sign noch aufgefangen? Wie, was? Ich hatte die da, äh, 44 Bumsai hingeschmissen. Ich weiß nicht ob die runtergedockt sind oder ob der Fall. Ja, 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 ja. Aber der macht keine Rasin. Ja, das ist scheiße. Ja, das wäre nur scheiße, wenn er keine Rasin macht. So viel zum Thema, dann automatisiere ich den Weg. Der kennt mich, der macht doch... Was? Äh, gut. Um Rasin herzustellen. Doch, laut Bonsai macht er auch Rasin. Vielleicht ist die Chance einfach geringer, aber die Blätter kleiner sind. Ja, ja, mega. Äh, ne, 35%ige Chance, 3 Rasin zu bekommen. Okay, 50% Arcon. In jedem Fall kriegen wir jetzt mehr Arnüsse als Rasin, ne? Ja, das ist, äh, das ist in der Tat. Also zumindest für Dirt wäre das geil. Wieso für Dirt? Ja, aber... Arnüsse als alles andere. Ist ja wieder doof. Okay, das ist dann wiederum... Dann kommst du halt nicht drum rum, ähm, Bonsai um die normale Produktion laufen zu lassen. Weil dann hast du mit dem Bonsai hast du dann die Nüsse. Und mit dem normalen hast du dann das Resign. Und du kriegst ja alles immer aus dem Holz. Zwei Rasin! Wuuu! Ach stimmt, jetzt kann ich da sogar noch upgrade in den Spaß. Ähm, Fizz. So, Leclercone. Ja, Moin! Okay, 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 okay. Wir gucken mal, ob wir sind denn auch. Ja, es gibt eine unendliche Wasserquelle, wir können starten. Geht nicht. Ja, wo der Tag ist. Ist doch auch schön, oder? Na gut, das ist schon mal definitiv ein Problem. Das heißt, wir können natürlich Köste und dafür brauchen wir noch Lava. Wäre auch kein Problem, Lava. Was brauchen wir dafür? Stein. Ruckel! Ruckel. Ruckel. Die Rache, du Arsch. Rückschalen! Henning! Ach, schweil. Kann ich den zweiten Baum automatisieren? Weißt du, was ich mir letztens überlegt habe? Wir haben gar kein so wirkliches Spiel, wo wir alle dran bringen. Boah. Weißt du, so quasi wie MMO das hier. So, ich hätte hier nochmal ein ganzes Stack und nochmal ein bisschen. So. Also nach zwei mal sechs Bäumen habe ich, glaube ich, immer so anderthalb sechs. Sehr schön. So, Gravier pflanze ich jetzt auch gerade an. Wie gesagt, wir können auch bessere Erde machen, dass sie schneller wachsen. Die Bandung. Auch bessere Erde dafür. Das wird auch wieder so 50.000 Dinger brauchen, die wir haben. Ah, guck mal. Kaum bis nachts hat es aufgehört zu regnen und blub. Können wir hei hei machen, so. Ich muss mal ganz kurz Dschungel-Tree-Sapling-Bar-Stings-Penis-Arschlob pflanzen. Aber das ist auch so ne Sache, was mir wieder einfällt. So, ähm, es gibt ja auch ne Streamerin, beziehungsweise ne YouTuberin, also die macht ja beides, mit Tourette. Ich muss immer noch sagen, dass Twitch nicht ziemlich tolerant ist, was sowas angeht. Ah, das kenne ich ja nicht. Also, wenn man dafür nichts kann, dann ist Twitch, was sowas angeht, sehr tolerant. Wenn man was dafür kannst, ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Uhren so und so die sage, ne, und das meldet einer, dann, äh, ist das schon tatsächlich ein Bandgrund. Ist runtergefallen. Ich weiß, das ist belastend. Also, man ist ihm doch nicht aufgefallen, das. Nö, nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Du hast zwei, boah, das ist ja immer random, wie viel man da rauskriegt, ne? Ja klar. Ich glaub, bei mir ist gerade... Ja, die ist gerade. Bei mir stürzt, äh, ist ja wahrscheinlich Minecraft abgestürzt. Ich schlägste fröhlich auf den Baum. Ja, aber der hat bei mir keine Anzeige. Wie lange ich da noch draufhauen muss. Äh, ich sag mal, dann läuft. Ja, ja. Ich mein, ich seh hier auch, äh, ich kann hier noch pflanzen und so. Aber ich kann den Baum nicht abbauen. Ah. Ach, Moment, die Achse ist leer. Kaputt. Ja, aber die ist halt... Ja, ja, die ist halt broke, steht auch drin. Dann macht mich noch nie so fett, ey, ey. Weil jetzt hab grad gedacht, dass es so abschmiert. Aber warum ist der passiert, der ja nicht, aber warum wird gestorben? Scheißthema, ne? Ja, ne, ähm, weil ich das manchmal hab halt, ähm, dass ich Dinge abbaue, und es ist nichts passiert. Deswegen, äh, bin ich grad davon ausgegangen, dass das ja schon wieder, ähm, ein JavaScript error ist. Dann bist du auch der einzige Mensch, der diese Probleme hat. Und es kommt ja raus. Ja. Also, auf unserem Server hab ich das häufig gern. Hm. Echt nicht. Ähm, vielleicht mal ein bisschen. Aber Hasti hat das auch auch noch zu. Ich hab Kakaobohnen. Ja, harmbar. Sehr knorkel. Müsste man durch die Jungle, äh, Jungle Tree's gekriegt haben, ne? Ja. Ne, ich hab ja grad... Äh, Grow Rate, 142% Drop Shunks. Hast du Gott? Die Grow Rate, 142 Drop Shunks, 140. Die Erde. Du bist gerade rumgestellt, oder was? Ach so, die... Die Erde. Ach so, die Erde, wie du grad... Produzierst. Genau. Warte, die muss ich upgraden, ne? Genau, die muss ich mit, äh, Biofuel machen. Weggemissen. Äh, okay. Ja? Okay, irgendwas, ob... Potatoes, Redstone, Saplinger... Egal, was wir Saplinger, muss ich nen Crusher schmeißen. Ja gut, bis wir... Crusher haben wir uns noch ein bisschen. Ähm, hinter dir. Was? Ach so, ich dachte, das wär der ne Ehre. Ich hab keine Ehre, dass man kann's nicht glauben. Zack. Das ist ein Kakaobohm noch was schon, hier haben wir. Dann schmeiß ich da... Graviel rein. Würde ich sagen. Oh ja, eindeutig schneller. Zack. Zack. Und Clay. Unbewachsen ist das schon. Einfach schnell. Der nächste folgt ne Maschine, leider. Och, nie Glück, ey. Nie Glück. Aber es ist schön, dass wir dann langsam eins nach anderen, äh, das Zeug automatisieren. Äh, ich mach mal Eisenexte, ne? Oh. Echt? Ja, aber ich finde, ich finde, also das hier hat irgendwas komplett entspannt, hast du... So, kannst du halt nebenbei machen, ganz entspannt. Das ist halt nichts, was du wirklich rushen kannst, sondern man muss das halt wirklich... Ihr musst halt ausleben. ...Stück für Stück machen. Jaja. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Das Geräusch, wenn du einzeln die Dinger abbaust oder wenn sie alle auf einmal haben. Oh ja. Merk schon. Sehr erotisch, dieser Sound. Ich habe mir überlegt, ob ich den Shader installiere, aber irgendwie bezweifle ich, dass es gut ausgehen wird. Ja, nee, äh, das denke ich mal nicht. Ich glaube, das ist auch ganz gut, dass wir ohne Texturpack spielen. Können wir auch machen. Mit deinem PC wahrscheinlich ein wenig erschaffen. Oder nebenbei Streams. Ja, genau deswegen. Aber wieso? Aber ich finde, die ist okay hier, aber auch ohne Tag schön. Aber hier passiert ja nicht viel. Ja, genau das hängen. Wir werden mir jetzt keine, ähm, keine großen bauten wie unser Hafen oder so. Ich denke mal aus Langeweile, weil ich mein Haus habe, um mal zu gucken, wie es aussieht in Shader. Und sie hier, oder was? Ja. Hey, kann man ja dennoch schön bauen, ne? Muss man zwar nicht, aber kann man ja. 50.000 Jahre später ist dann auch irgendwann mal der Glück Baum groß. Ja. Das sieht so bescheuert aus. Weiß nicht, was du meinst. Sieht aus, als wenn man so spastische Zuckungen hat. Ja, haben wir doch auch. Siehst du das nicht? Das Ding macht ja schon alleine. Oh ja, nichts mehr zu machen. Oh ja, Woltzki, Podolski. Das erfährst du heute. Nein. Das geht doch schon wieder los. Tschüss, bald. Ich könnte eigentlich auch mal Oaks setzen, eine als Automatisierung, dann kriege ich auch mal Äpfel. 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 Wie kriegen wir denn die normalen Zapplinger? Äh, ein Dirt-Busch. Jo. Ein Dirt-Busch sag ich schon. Dirt-Zappling im Wasser. Das sollte kein Problem sein, Tatsache. Er wird die nächste Netfil-Produktion, würde man sagen. Dann kriegt er noch einen Plan, oder? Mhm. Motivation war da, ich hab's gehört. Holz, ja. Ja, ja, ja. Haben wir Iron-Chest? Wir haben nicht Iron-Chest drauf. Gut. Aber im E-System brauch ich drauf, wenn das dann. Das heißt, wir können keine Gold-D-D-Chests und so'n Scheiß machen, aber wir haben ein E-System. Ja. Ja. E-G-E-R. Halt Schalker-Boxen, aber. Ähm, hier. Also eigentlich alles in der Kiste packen. Muss mich jetzt mal zuzuwerfen. Bin aber, dass du siehst, dass ich arbeite. Ja, ich seh das. Oh Gott, jetzt doch nur ein Dippen, Alter. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass der Baum, den man anguckt, irgendwie am schneller arm schnell rumwächst. Leider nicht. Kannst du ausprobiert. Leider nicht. Weil die Resin kriegst du durch die Stämme, witzigerweise. Ja. Weißt? Das heißt, so mehr Holz es hat, und so mehr Resin kriegst du. Ich geh jetzt einfach mal vor, wir werden kein Excavator-Mod. Wir werden eindeutig länger wahrscheinlich, äh, rumverwildern. Ja, ich würd sagen, dann wären wir jetzt, äh, also wir sind jetzt, so, und mal viel Zeit gerechnet, bestimmt eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde haben wir uns bis jetzt gespart. Also, ich spiel mir jetzt, äh... Äh, um zwei Stunden. Zwei Stunden, 61 Minuten. Also, drei Stunden. Also, bei mir steht zwei Stunden, sechs. Ähm, bei mir steht zwei Stunden, naja, war es im Stream? Äh, ja. Ja, aber hier, Minecraft, die waren da schon, das stimmt, wir waren da schon nur vorher da. Ja, wir waren eine Stunde vorher da. 2,61 Stunden steht bei mir, okay, jetzt verstehst du auch. Ja, genau. Also, 2,6 Stunden streamen wir effektiv. Ach, schon so lange? Ja. Ach, nee, ich spiel mir eine halbe Stunde weniger als du. Ja, genau, weil du ja nochmal neu starten musstest. Mehrfach sogar. Ja, 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 Sachen gibt es, ne? Sachen gibt es. Ja, das Problem ist, ich kann das nicht relativieren, äh, ob wir schon weiter wären oder nicht, oder wie fast wir sind. Sag mal, es war so, du, weil da wir kein Fast-Decay-Mod drauf haben, hätten wir relativ lange warten müssen, wenn wir jetzt Saplinger machen. Ja, also, äh, wir haben schon einiges an Zeit gespart. Jetzt einfach mal so decken. So, dann holt sich mal das nächste Eisen. Das FPS. 2,4 FPS, die hab ich nicht gesehen, kannst du mal noch machen. Wieder 45 Eisen. Sehr sexy. Man wird sich, ich hab noch, äh, resign. Wie krieg hab ich denn schon? Viel. So. 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 Ofen geschmissen.